Hallo zusammen, willkommen zurück auf unserem Channel Almanz in Dubai. Mein Name ist Sarah. Mein Name ist Janik. Und heute geht es um das Thema, wie hundefreundlich ist Dubai? Ja und warum wir tatsächlich dieses Video machen, weil uns bevor wir nach Dubai ausgewandert sind, immer wieder aufgefallen ist, wie verschieden eigentlich die Meinungen tatsächlich hier sind. Also es geht von, Dubai ist total hundefreundlich, sie gehen mit der Zeit, es hat sich hier total viel getan, bis hin Richtung, bleibt bloß zu Hause, nehmt euren Hund Janik hier mit, der hat hier überhaupt kein Leben mehr und keine Lebensqualität. Und für uns war es wichtig, diesen Prozess hier währenddessen einfach mal zu beobachten und zu gucken, wie ist es eigentlich wirklich hier. Und dazu gibt es jetzt verschiedene Einblicke von uns und wir wünschen euch da viel Spaß bei. Dich interessieren Themen wie Dubai und Auswandern? Dann würden wir uns freuen, wenn du uns abonnierst. Denn wir zeigen dir jeden Sonntag um 13 Uhr ein neues Video über unsere Lieblingsthemen. Was man natürlich auch noch direkt sagen muss, ich bin ja sehr viel auf TikTok aktiv und poste natürlich auch viel mit meinem Hund. Und dann kommen immer wieder irgendwelche Kommentare, wie es gibt gar keine Hunde in Dubai, Hunde sind in Dubai nicht erwünscht. Und wir können euch einfach sagen, totaler Quatsch. Es gibt hier, was gibt es hier alles? Hundecafés, es gibt wirklich verschiedene Areas, wo man mit dem Hund hingehen kann. In den Communities sind überall Hunde erlaubt, natürlich nicht im Restaurant, aber das gibt es auch in Deutschland, dass Hunde nicht im Restaurant erlaubt sind. Also es ist jetzt nichts Neues für uns. Auf Terrassen sind die erlaubt und da gibt es natürlich auch verschiedene Punkte, wie zum Beispiel, wenn ihr unser letztes Video gesehen habt, in unserer Community, die wir euch gezeigt haben. Hier gibt es auch Hundeparks und das ist natürlich auch ganz cool. Vielleicht erzählst du mal, wo wir gestern waren? Genau, also vielleicht nochmal einen Schritt im Vorfeld. Es hat schon angefangen, als wir unseren Hund am Tag der Abreise, der Auswanderung, zum Dienstleister gebracht haben. Hat es angefangen, dass wir die Dame gefragt haben, wo gehen eigentlich so die meisten Tiere hin die letzten Monate? Und die Antwort war der Leute, nach Dubai. Allein irgendwie die Woche, bevor wir dran waren, sind drei, vier Leute mit Hund abgewickelt worden. Und das hat uns dann gezeigt, okay, ist ein Standardprozess für die und scheint ja doch gar nicht so verkehrt hier zu sein für Tiere. Alles, was darüber hinaus über die folgenden zwei, drei Monate so passiert ist, ist einfach für uns wirklich die Realität gewesen. Also alles das, was man vorher hört von positiven Sachen, muss ich sagen, ist so geblieben. Von negativen Sachen ist sehr, sehr viel, was Vorurteile anbelangt, muss man tatsächlich sagen. Also die in Deutschland, die sich darüber eine Meinung bilden, die wissen teils gar nicht, wie es hier wirklich abgeht, erzählen uns das über, weil sie es mal gehört haben oder über drei verschiedene Ecken. Oder weil sie nur für eine Woche im Hotel waren und da keine Tiere gesehen hat. Ja, normal, dass man da keine Hunde sieht, wenn man auch nicht gerade in dem hundefreundlichen Hotel untergebracht ist oder mitten auf der Palme oder Ähnliches. Natürlich sind da keine Hunde erlaubt und deswegen sieht man dort keine. Also es sind eigentlich sehr, sehr viele Vorurteile gewesen, worüber wir auch sehr froh sind, dass wir nicht darauf gehört haben, sondern eher auf die sehr positiven Stimmen von vielen Hundebesitzern. Genau. Und was man tatsächlich dazu sagen muss, ist, wenn man mit dem Tier jetzt im Zentrum wohnt, in Downtown oder direkt danach dran, 10, 15 Minuten davon entfernt, zum Beispiel auch Marina oder Ähnliches. Da haben wir jetzt tatsächlich schon gehört von Quellen hier, die das auch so belegt haben, dass, wenn man mit dem Tier rausgeht, extrem darauf geachtet wird, wo macht das Tier zum Beispiel. Sind Hundeverbotszonen einfach. Genau, Hundeverbotszonen. Und da achten die Securities auch sehr drauf. Also die gehen auch zum Beispiel hinterher. Man hat da einfach mit dem Hund nicht so einen Freiraum. Deswegen war es für uns von vornherein nicht eine Entscheidungsfrage der Katzen, sondern eher vom Hund. Weil unsere Katzen sind Hauskatzen, da ist es eh egal, wo jetzt genau wir gewohnt hätten. Aber fürs Tier, für den Hund muss es einfach artgerecht sein. In dem Fall, er muss raus können, muss sich hier frei bewegen können. Und das war extrem wichtig für uns. Und was wir natürlich auch immer sehr oft gehört haben, mit Haustieren findet ihr auf gar keinen Fall eine Wohnung oder ein Haus. Das ist auf jeden Fall nicht in Dubai erlaubt. Das waren auch so Punkte, die wir gehört haben, dachten so, oh je, das wird richtig spaßig. Ohne Probleme haben wir ein Airbnb hier gefunden für einen Übergang. Ohne Probleme. Man muss dann einfach bei Airbnb haustierfreundlich angeben und schon ist das kein Problem. Wir haben drei Haustiere. Wir hatten dann geschrieben, ja, wir würden gerne das Haus mieten, aber wir haben drei Haustiere, nicht nur ein Hund oder ähnliches. Und das war gar kein Problem. Dann ist natürlich auch der Punkt gewesen, ja, das Langzeithaus oder die Langzeitbleibe zu finden. Und da gibt es auch sehr viele Portale, wo man zum Beispiel Häuser oder Wohnungen finden kann. Und da kann ich euch auch direkt sagen, da gab es immer diesen Reiter, den man anklicken kann, petze laut und gar kein Problem. Es wurden so viele Möglichkeiten gezeigt und keiner hat irgendwie gesagt, ja, aber bitte nur ein Hund oder bitte nur. Nein, alle haben uns quasi die Tür geöffnet und haben gesagt, gar kein Problem, wenn ihr drei Haustiere habt, kein Problem, ihr könnt das gerne mieten. Also wir hatten wirklich am Ende eine sehr, sehr große Auswahl an Häusern, die wir uns angucken können, trotz dessen, dass wir Haustiere hatten. Und da muss ich halt auch wieder direkt sagen, totaler Schwachsinn, dass Dubai Hunde unfreundlich ist oder Haustier unfreundlich, weil wir haben das überhaupt nicht gemerkt, gerade in der Wohnungssuche. Und ich glaube, da ist Deutschland, gerade die Vermieter, deutlich strenger, was das Thema Haustiere angeht. Ja, und wir waren zum Beispiel gestern mit Charlie bei einem Strand gewesen, der heißt Dubai Island Beach, der ist noch sehr neu, muss ich sagen. Und das Coole ist, es ist ein abgetrennter Bereich gewesen für Hunde. Auf der linken Seite waren Tiere erlaubt, auf der rechten Seite eben nicht. Sehr vielfältig und das war schön zu sehen, weil da waren sehr viele Hunde und die konnten im Wasser schwimmen. Man konnte tatsächlich auf die Hunde aufpassen, zu ein paar Regeln, an die man sich dann zu halten hat, aber das ist in Deutschland genauso. Also man sieht durch diese Themen, es ist immer mehr im Kommen hier, also es wird immer mehr für Tiere gemacht. Es gibt mittlerweile Restaurants auch, wo Hunde erlaubt sind und das zeigt uns einfach, wie sehr die möchten, dass es auch den Tieren hier gut geht, mit den Besitzern natürlich. Und dass Hunde eben in das Leben mit eingebunden werden und es jetzt nicht für immer heißt, nee, hier wird gar nichts gemacht. Also es war sehr schön zu sehen und zeigt auch immer wieder, wie viele Menschen hier einfach einen Hund haben und dem eben auch die Möglichkeit haben, am Strand zu sein. Dazu gibt es auch einfach noch, es ist nämlich nur dieser eine Hundestrand. Dieser eine Hundestrand ist nur besonders, weil da Tiere wirklich auch ins Meer dürfen. Auf der Palme gibt es auch Palm West Beach und hier sind auch Hunde erlaubt. Da gehen abends und tagsüber so viele Leute mit ihren Hunden spazieren. Nur das einzige Manko dort, die Hunde dürfen nicht ins Wasser, aber die ganzen Restaurants, die an der Promenade sind, die sagen, hey, Hunde sind hier erlaubt. Und man kann wirklich den ganzen Tag schön am Beach, ja, mit den Hunden chillen dementsprechend, nur leider nicht ins Wasser gehen. Und deswegen ist ja zum Beispiel Dubai Islands Beach, dieser Strand, sehr besonders, weil das der erste ist, der ist erlaubt. Außerhalb Dubais gibt es noch Kite Beach Center. Also da sind Hunde ebenfalls erlaubt. Und dann gibt es tatsächlich noch zwei Punkte, worauf man hier einfach achten sollte. Und das ist auf der einen Seite der erste Punkt, dass einfach viele Menschen hier, ja, nicht so einen Bezug zu dem Hund jetzt haben oder generell zu Hunden. Und dass man jetzt nicht überall mit dem Tier spazieren gehen kann, ja, wenn der Hund mal irgendwie dort schnüffeln möchte oder wenn jetzt hier ein Lieferwagen vorbeikommt und jemand liefert uns etwas. Und die gehen meist ein paar Meter vor der Tür zurück, weil sie wissen, okay, da ist ein Hund drin, die haben einfach Respekt. Und das ist auch vollkommen okay so. Der zweite Punkt ist tatsächlich, dass es überall auch gewisse Hundeverbotszonen gibt. Und auf die sollte man auch achten und da eben dementsprechend nicht mit dem Hund gehen. Genau. Wie zum Beispiel du bei Marina, da sind keine Hunde erlaubt an bestimmten Stellen. Und das ist dann vollkommen okay, wenn man es weiß, ist es okay, wenn man extra jetzt dahin fährt, dann ist es schon ärgerlich. Und was wir natürlich auch sehr, sehr positiv fanden und da merkt man einfach, dass Dubai, beziehungsweise gerade Communities sehr hundefreundlich sind. Wir haben unseren eigenen Tierarzt hier in unserer Community und das ist wirklich optimal, gerade wenn irgendwas ist und man kommt direkt dran, man ruft an, man kriegt direkt einen Termin. Die Tierärzte sind wirklich sehr, sehr freundlich dort. Und das fanden wir natürlich auch sehr wichtig, dass wenn wir zum Tierarzt müssen, dass wir nicht 40, 50 Minuten irgendwo hinfahren müssen. Nein, es sind 5 Minuten von hier, weil es wirklich ein Community Center der Tierarzt ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den man beachten sollte, ist tatsächlich die Temperatur hier in Dubai. Wir haben drei bis vier Monate, wo es wirklich sehr warm ist. Zwei Monate, wo es absolut warm ist. Und in dieser Zeit gilt es einfach zu beachten, dass man mit dem Hund morgens, mittags und abends rausgeht. Wir gucken aktuell zum Beispiel die Temperatur vom Asphalt morgens. Ich fühle dann mit dem Fuß und schaue, ob es heiß ist. Und ab einer gewissen Zeit ziehen wir Charlie dann Schuhe an, damit er sich von den Pfoten her nicht verbrennt. Und alles darüber hinaus gibt es Hundeparks. Man kann es eben für diese Zeit gut überbrücken. Indoor-Hundeparks sind klimatisiert und da können die auch in den Pool springen. Und dann gibt es jetzt wie gesagt auch die Möglichkeit mit dem Hundestrand. Also ich finde auch in den heißen Sommermonaten, klar es ist schwierig für Hunde, aber irgendwie alles ist ja auch klimatisiert. Und für uns ist es jetzt einfach wichtig zu sagen, was so unser Fazit in Dubai ist, ob Dubai hundefreundlich ist oder nicht. Und ich kann es einfach nur für mich sprechen. Definitiv ist Dubai hundefreundlich. Meines Erachtens auch hundefreundlicher als manchmal Deutschland, weil es hier so viele Möglichkeiten für Hunde gibt. Und immer mehr Möglichkeiten geschaffen werden, damit einfach Hundebesitzer und der Hund glücklich sind. Was sagst du? Auf jeden Fall. Also wenn ihr tatsächlich nach Dubai auswandern wollt und die einzige Hürde, das Tier, sprich den Hund seht oder Katzen oder ähnliches. Nein, hier wird alles möglich gemacht und das ist noch alles weiter im Kommen, muss ich sagen. Also da wird noch viel, viel mehr kommen, das merkt man. Hier ist Bewegung drin und nehmt das Tier mit, es wird hier ein glückliches Leben haben. Und hier gibt es gerade außerhalb super viele andere Hunde und ganz viele Möglichkeiten. Also auf jeden Fall yes. Wir hoffen, dass dir das Video über das Thema wie hundefreundlich ist du, weil es gefallen hat. Und um kein Video zu verpassen, abonnier uns gerne und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder um 13 Uhr. Bye. Ciao.